Ja, ich bin der Daniel Brech und ich bin der Konzerttechniker von der Alten Oper. Die Arbeit als Klavierstimmer, als Konzerttechniker ist jeden Tag ein ein wenig anders, weil jeden Tag ist der Künstler ein anderer und insofern versuche ich das Instrument immer auf den Künstlern auch einzustellen, auf den entsprechenden, weil jeder hat einen anderen Zugriff zum Instrument, eine andere Verbindung zum Instrument. I just arrived today from Berlin and tomorrow I'm going to play a concert here in Alte Oper. The program I choose to perform this time at Alte Oper, it consists of works of one of my most favorite composers such as Schumann, Shostakovich and Stravinsky and the first half is dedicated entirely to Schumann. It's amazing to see how much a variety of emotions and imaginations Schumann had within his musical language from Kindersen to Chryslerian to Toccata. Die Arbeit mit Herrn Trifonow ist wunderbar. Er ist ein toller Pianist, ein fantastischer junger Pianist, der einen ganz speziellen, extrem feinen Zugang zu allen Klängen hat, also nicht nur im Pianissimo-Bereich, sondern in allen Schattierungen bis zum Forte Fortissimo und eine ganz eigene Art auch der Musik, des Musikempfindens hat, was ich schon außergewöhnlich finde, für so einen jungen Menschen, der auch so viel verschiedene Literatur spielen kann auf so einem wahnsinnig hohen Level und das richtig durchlebt hat auch anscheinend, weil das ist, wie er das transportiert ins Instrument und damit in dem Saal, das ist schon phänomenal.